Und das kann ja jeder machen, der gerade zuhört. Da fallen uns bestimmt Leute ein in unserem Leben, die wir gerne mögen, wo so eine Wärme im Herzen kommt, wenn wir an die denken, oder irgendwas Schönes stellt sich ein, eine Nähe, ein Frieden. Wenn wir nur dran denken, merken wir schon, wie unsere eigene kleine Welt in dem Moment lichter und heller wird.